Tagesthemen-Moderatorin Karin Mioska ist frischgebackene Grimme-Preisträgerin. Die Art, wie sie komplizierte Themen verständlich vermittelt und ihre oft hartnäckigen Fragen in Interviews, all das mache sie aus, hieß es bei der Verleihung. Mioska reagierte gerührt und mit Humor. Es gab mal einen Programmdirektor beim Norddeutschen Rundfunk, der hat gesagt, die Tagesthemen könnte auch jeder Schäferhund moderieren. Das sei eigentlich völlig egal, die Leute nehmen das so, das sei ihnen Schnuppe. Dem wurde heute widersprochen, dafür möchte ich mich wirklich bedanken. Das Thema Corona hat Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen-Kim im vergangenen Jahr stark beschäftigt. Sie bekam einen Preis für ihre WDR-Wissensformate Quarks und MyLab, in denen sie zahlreiche Fragen rund um die Pandemie kreativ und verständlich beantwortete und nicht selten dafür angefeindet wurde. Ich denke einfach, dass es gerade eine wirklich schwierige Zeit ist für Wissenschaftsjournalismus, weil Desinformation immer mehr zunimmt und ich freue mich einfach sehr über auch die Rückendeckung, nicht nur für mich, aber auch für wissenschaftliche Inhalte durch solche Auszeichnungen. Caroline Kebekus wurde ausgezeichnet für ihre ARD-Sendung, in der sie laut Jury immer wieder Haltung zeigt, zu Themen wie Hetze im Netz oder der Antibabypille. Wenn ich jetzt überlege, ich mache jetzt seit 99 Fernsehen, glaube ich, und wenn ich da zurückdenke, was ich jetzt machen kann und wie die Situation damals war und was ich dazwischen alles schon erlebt habe, dann ist tatsächlich was passiert, aber ein bisschen was, würde ich sagen, geht noch. Große Wellen rund um die MeToo-Diskussion hatte im letzten Jahr auch das ProSieben-Special Männerwelten geschlagen. Jetzt wurde es ausgezeichnet. Die Netflix-Serie Unorthodox hat bereits einen Emmy gewonnen. Nun erhielt die Geschichte über eine junge jüdische Frau, die aus ihrem ultraorthodoxen Umfeld flieht, auch noch einen Grimme-Preis. Das aktuelle Thema Afghanistan spielte bei der Verleihung auch eine wichtige Rolle. So wurde ein Mehrteiler von NDR und Arte ausgezeichnet, in dem die Geschichte des Landes von den äußerst liberalen 60ern bis hin zu den heutigen Konflikten dokumentiert wird. Und ARD-Journalistin Isabel Schajani wurde zwar für ihre Berichterstattung aus dem Flüchtlingslager Moria ausgezeichnet, bis vor wenigen Tagen war sie aber noch in der Krisenregion um Afghanistan. Sie sorgte für den Moment des Abends. Bevor ich jetzt gleich weiterrede, würde ich Sie einmal bitten, zehn Sekunden nichts zu sagen und einfach nur Respekt vor diesem Volk, was seit 43 Jahren einen Krieg erlebt, wo ganze Generationen nur in diesem verdammten Krieg aufgewachsen sind und dass wir einfach nur sagen, wir sehen euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.